Yo, die Leute kommen immer an und fragen mich, was soll ich eigentlich essen, vielleicht sogar was soll ich essen bei Problemen oder Herausforderungen, XY, Lebenssituation, Z, was weiß ich. Das ist super, dass ihr das fragt, das ist auch eine sehr wichtige Frage, nur leider ist sie gar nicht so einfach zu beantworten, wobei doch teilweise schon. Und zwar ganz einfach, futter so hochqualitativ wie möglich, futter das, was dir ein gutes Bauchgefühl gibt, versuch Schadstoffe zu vermeiden und versuch möglichst viele Nährstoffe reinzukriegen. So, das ist jetzt so eine Antwort, die bringt alles und nix. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Deswegen möchte ich da einfach mal ganz kurz nochmal die Gegenfrage stellen, was sollst du essen, ja woraus bist du denn aufgebaut? Es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst und ich würde sagen, dass der auch so ein ganzes Stück weit schon zustimmt. Vielleicht nicht komplett, aber das ist ein anderes Thema und da kommen wir ganz einfach zu der Idee, okay, wir sind aus irgendwie Zellen aufgebaut und die sind dann wieder aus irgendwelchen Molekülen zusammengebastelt. Und diese Moleküle sind ja die, die wir dann brauchen, die Grundbausteine des Lebens, also zum Beispiel irgendwelche Fette, da sind Eiweiße dabei, da ist eine ganze Menge Wasser dabei. Und, 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 wir haben da Mikronährstoffe, wir haben Vitamine, die da irgendwelche Aufgaben haben und so weiter. So, was wir allerdings nicht haben, was einige aber immer noch denken, also ich möchte es ihnen einfach mal nicht unterstellen, aber es sieht teilweise leider so aus. Die denken, wir sind ausgebaut aus Chemie, aus purem Zucker, aus Transfettsäuren, aus Medikamenten, aus, keine Ahnung, was man sich alles so reinfeuert und der Meinung ist, dass es die Gesundheit unterstützt. Macht das gerne weiter, das ist für mich persönlich kein Problem, ich möchte euch sowieso nichts vorschreiben. Ich würde nur, also ich erzähle wie immer nur, das, was ich machen würde. Also, was ja auch ganz viele wissen, ist zum Beispiel beim Thema Muskelaufbau, okay, Muskeln sind unter anderem aus Proteinen aufgebaut und dann fangen sie an, Proteine zu essen. Wenn das die Menschen mit allen möglichen anderen Sachen auch mal zwischen den Ohren durchgehen würden, dann hätten wir das Problem nicht. Dann würde auch keiner auf die Idee kommen, Weizen zu essen oder raffinierten Zucker. Wofür denn? Ist ja Quatsch. Also, ich meine, wer jetzt mir erklären kann, wofür die super Weizennudeln, wofür die gut sind oder der raffinierte Zucker, wofür wir den brauchen, das könnte mir sehr gerne erklären und mich eines Besseren belehren. Ich persönlich glaube, das könnte man einfach von der Liste streichen, weil es uns keine Vorteile bringt, zumindest keine nachhaltigen, vielleicht einen kurzen, so einen Energiekick und danach so einen Energiedown und Verdauungsprobleme noch hinterher. Ja, möglicherweise, vielleicht mag das auch der ein oder andere, das ist für mich auch in Ordnung. Ich persönlich möchte es nur halt neben nicht. Ja, so, das Zweite ist dann eben, klar, wir wollen viele Nährstoffe, aber so wenig Giftstoffe wie möglich. Also, ich möchte das zumindest und ich unterstelle das auch mal so einigen von euch, dass ihr das bestimmt auch wollt. Wie kriegen wir das hin? Klar, wir müssen auf die Qualität achten. Wie schaffen wir das, auf die Qualität zu achten? Es gibt zum Beispiel einige Bio-Siegel, die eine gewisse Qualität garantieren und dann gibt es noch so ein paar Marken, die haben vielleicht keine Zertifikate, aber das sind die Marken eures Vertrauens oder der Bauer um die Ecke oder vielleicht selber einen Garten oder der Nachbar hat einen Garten, wo man die Kirschen klauen kann. Das ist immer gute Qualität, natürlich, weil da nicht gespritzt wird, da wird vielleicht biologisch gedüngt, vielleicht sogar biodynamisch. Also, wer selber neue Erde quasi auf dem Kompost produziert, das ist ja quasi nichts anderes als Biodynamik. Da kann man das Beste rausholen auf jeden Fall. Was wir nicht wollen, sind Sachen, die keine Nährstoffe enthalten und dazu noch Giftstoffe. Das ist allerdings genau das, was der Otto Normalbürger sich jeden Tag von früh bis spät hinter die Binde haut. Das sind zum Beispiel ganz, ganz classic, wie immer die Nudeln. Die Weizennudeln, da ist nix drin, gar nix. Aber Glyphosat zum Beispiel. Also Schadstoffe, da sind Herbizide, Pestizide und so weiter drin und dann ist das noch auf einem Boden angebaut. Da wird schon seit 100 Jahren immer wieder irgendwas angebaut und da wird nichts vernünftig nachgedüngt, außer Stickstoff, Phosphor und Kalium. Das sind auch die drei, die ich in meinem Song schon benannt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich den Song benannt habe, aber seht ihr auf Instagram, der mit den bunten Pillen im Hintergrund auf dem Cover. Die drei werden gedüngt, Stickstoff, Phosphor und Kalium. Warum die drei? Ja, damit sehen Pflanzen gut aus, sind stabil und wachsen groß. So, die drei brauchen wir dafür, nix anderes, deswegen werden die drei gedüngt. Also ich breche das jetzt gerade ein bisschen runter für die Chemie- und Agrarfreaks unter euch. Ich weiß, dass das nicht ganz richtig ist, aber so ein bisschen vereinfacht dargestellt. So, nun haben wir eins, zwei, drei von wie vielen Elementen, die es so gibt im Periodensystem. Schaut mal rein, es sind so die natürlich vorkommenden, beziehungsweise die, die wir für unser tagtägliches Leben brauchen, sind so ungefähr 70 bis 80 und drei davon haben wir jetzt in unserem Böden. Da können wir schon mal klatschen, das ist eine super Sache. Und deshalb würde ich jedem da draußen wärmstens ans Herz legen, nochmal darüber zu überlegen, ob denn wirklich die konventionelle Nudelernährung oder Broternährung, ist ja genau das gleiche, Brot und Nudeln ist genau der gleiche Quark, ob das denn ausreichend ist. Ja, es ist ausreichend, um uns mit Energie zu versorgen. Da sind ja Kohlenhydrate drin, die können wir verbrennen. Sonst allerdings nix, nix, nix. Ja, noch ganz kurz an dieser Stelle vielleicht mit hinzugefügt, warum reicht es denn nicht, wenn wir uns einfach nur mit Energie versorgen? Ja, warum reicht es denn nicht, wenn du dein Auto immer nur mit Benzin versorgst? Du wechselst nie wieder das Öl, du pumpst die Reifen nicht auf, du machst sonst gar nichts, du pumpst nur immer mal wieder Benzin rein. Warum reicht denn das nicht? Richtig, das kriegt man auch immer hin und beim Auto achten da auch sehr viele drauf. Warum denn nicht bei euch selber? Gut, bei Nudeln gibt es natürlich auch coole Sachen. Man kann gekeimten Dinkel zu Nudeln verarbeiten oder Linsen, Erbsen, Bohnen rede ich jetzt überhaupt nicht von, sondern wirklich von dem klassischen Weizenzeug, was nicht gekeimt wurde. Dann gibt es ja noch die, die sagen, ja, ich bin aber viel besser als der Rest der Welt. Ich hole mir nämlich die ganz essentielle Zutat Vollkornnudeln. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, da ist das ganze Korn noch drin. Das Korn außen besteht zu einem gewissen Prozentsatz aus Fressschutz. Das Korn möchte eigentlich nicht gefressen werden, es möchte in der Erde keimen. Das bedeutet, da sind sogenannte Antinährstoffe drin und die sind in der konventionellen genauso viel wie in der biologischen Erzeugung. Das heißt, in der konventionellen Erzeugung hast du die gleiche Menge Antinährstoffe noch extra obendrauf quasi bei Vollkorn, aber keine Nährstoffe, weil ist ja nichts im Boden, wo soll es denn herkommen? Und dann wundern sich die Leute, Mangelerscheinung hier, Krankheit da, ja, wer von früh bis spät nur Weizen frisst, der, was soll ich dazu sagen? Okay, genug auf den Weizen abgelästert, aber ich glaube, das ist einfach mal nötig, weil das immer noch nicht in den Köpfen angekommen ist. Also ich würde mal sagen, maximal so 5% der Bevölkerung hat es langsam gerafft, dass Weizen oder auch der ganze andere Getreidekrams nicht wirklich sinnvoll ist. Und bei allen anderen guckst du in den Einkaufswagen und es ist voll von oben bis unten mit Getreide und du fragst dich so, merkst du nichts? Aber das ist okay, ihr dürft das machen. Ja, weiter im Text. Wir wollen also jetzt etwas, wir wollen jetzt Nahrungsmittel finden, die haben viel Qualität im Sinne von, wir haben viele Nährstoffe, yeah, und wenig Schadstoffe, yeah. Ja, geil, dann haben wir was gefunden, was wir essen können, was uns glücklich macht. Ob ihr da noch eine extra Einschränkung dazu bringt, wie es soll vegan sein oder Paleo oder vegetarisch oder was weiß ich, das ist mir völlig Latte, das dürft ihr gerne alles mitmachen. Ich glaube, es ist in jeder Ernährungsform mehr oder minder möglich, das Beste rauszuholen und einen halbwegs gesunden Lebensstil zu führen. Genauso wie es in jeder Ernährung, abhängig von der Qualität, super gut möglich ist, die Gesundheit, komplett den Bach runterzuschicken. Also das hängt nicht von der Ernährungsform ab, aus meiner Sicht, sondern eher davon, wie gut bin ich angepasst an meine Ernährung, wie gut ist also mein Darm angepasst, wie gut kann ich das Zeug kleinkauen oder auch im Ganzen runterschlucken, wann esse ich das und wie viel und halt eben welche Qualität. Ganz, ganz wichtig. So, nun nochmal ganz kurz zurück zu den Makro- und Mikronährstoffen des Lebens. Also die Makronährstoffe, beziehungsweise noch über dem steht ja für viele Leute die Energiebilanz. Wir zählen die in Kalorien, ah, Kalorien. Haben eigentlich nicht so richtig Ahnung, was das bedeutet, aber wir zählen Kalorien, weil das lässt sich einfach zählen, steht ja drauf auf der Verpackung. Ja, ich höre euch schon schreien, aber Kalorien zählen ist doch wichtig. Ja, ihr dürft gerne Kalorien zählen, das ist völlig in Ordnung, dann wisst ihr halt die Energiebilanz des Lebensmittels gemessen daran, wenn ihr denn ein Holzofen wärt. Das Ding ist, dass wenn ich jetzt halt Kalorien zähle und quasi anhand der Kalorien die Wertigkeit eines Lebensmittels festmache, vernachlässige ich dabei immer die wirklich wichtigen Bausteine des Lebens, weil ich ja den Fokus auf Kalorien lenke. Und bei Kalorien ist halt eine Handvoll Mandeln genauso gut wie ein Glas Cola. Und ich finde es halt kritisch, Lebensmittel deshalb nur nach Kalorien zu beurteilen oder nach Kalorien an erster Stelle. Ich würde halt immer, wenn es geht, nach Qualität insgesamt gehen, wie viel Nährstoffe ist drin, wie viel Mikronährstoffe vor allem und wie wenig Schadstoffe. Diese Differenz sollte so groß wie möglich sein. Danach würde ich persönlich gehen und das auch empfehlen. Genauso mit den Makronährstoffen. Wir zählen Fette oder Kohlenhydrate und Eiweiß und sonst was. Aber schmeißen dabei immer extrem viel in einen Topf, was das Ganze aus meiner Sicht recht komplex macht. Also da steht zum Beispiel auf der Verpackung drauf, so und so viel Kohlenhydrate und Zucker ist drin. Es gibt aber ganz verschiedene Kohlenhydrate. Manche haben die und die Vorteile, manche haben die und die Nachteile und so weiter. Jedes ist theoretisch einzeln zu betrachten. Wenn ich nämlich raffinierten Zucker- und Süßkartoffelkohlenhydrate in einen Topf schmeiße, dann klingt das auf einmal so, als wäre die Süßkartoffel genauso schlimm wie der Zucker oder der Zucker genauso schlimm wie die Süßkartoffel. Genauso könnte ich das jetzt mit Weizen und Linsen machen oder was weiß ich. Es gibt da riesengroße Unterschiede. Das Ding ist, je weniger Nährstoffe noch dabei sind und je weniger komplex die Kohlenhydrate sind, umso schneller gehen sie ins Blut und umso krasser schießt der Blutzucker nach oben und umso schneller fällt er auch wieder ab. Das bedeutet, wir haben erst dieses kleine Zucker-High und dann haben wir das Zucker low und hängen durch und wollen direkt den nächsten Zucker haben. Na, wer von euch kennt das? Direkt nach dem Essen noch Hunger auf was Süßes. Das ist genau dieser Effekt vom Insulin. Wir sind wieder im Negativen, weil wir was gefuttert haben, was uns quasi dann insgesamt mehr Energie geraubt hat, als es gegeben hat. Und schon haben wir direkt wieder Hunger und rennen von Snack zu Snack den ganzen Tag. Und am Ende dieser Kette wartet schon Diabetes auf uns. Großartiger Deal, oder? Super. Also, Kohlenhydrate gar nicht so einfach, ob die sinnvoll oder nicht sinnvoll sind. Das bedarf einer genaueren Analyse. Fakt ist einfach, fühlt in euch rein, wie geht es euch, wenn ihr irgendwelche Kohlenhydrate gegessen habt. Und achtet ein bisschen darauf, dokumentiert das vielleicht im Kopf oder sogar auf Papier, um euch das nochmal vor Augen zu holen. Genau das gleiche ist das natürlich bei Fetten und Eiweißen. Es gibt ganz viele verschiedene Eiweiße, es gibt viele verschiedene Fette. Bei Fetten steht ja auf der Verpackung immer noch drauf, so und so viel Prozent gesättigte Fettsäuren. Und die Leute, gesättigte Fettsäuren, das ist ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm ist das. Warum? Welche gesättigte Fettsäure kennt ihr denn, die richtig, richtig schlimm ist? Es gibt halt gesättigte Fettsäuren, die sind mit Sicherheit weniger gut als andere. Und dann gibt es aber genauso gut ungesättigte Fettsäuren, die sind mies. Und dann gibt es welche, die sind besser. Die Einteilungen gesättigte und ungesättigte, was kann man daraus ablesen? Ob man es zum Kochen benutzen kann? Richtig. Mehr aber auch nicht. Je gesättigter ein Fett, umso höher kann man es erhitzen, weil es keine freien, äh, keine Doppelbindungen auflöst, wo sich dann noch irgendein anderer Quatsch chemisch mit dran bindet. Und dann haben wir sogenannte Transfettsäuren. Also ihr könnt euch merken, je gesättigter ein Fett, umso besser kann man es erhitzen. Das ist ganz simpel Chemie. Was anderes kann man aus dieser Einteilung in gesättigte und ungesättigte Fettsäuren erstmal überhaupt nicht ablesen. Schade, denkt ihr euch jetzt. Aber ja, es ist leider nicht ganz so einfach. Prinzipiell, wenn ein Produkt komplett natürlich ist und nicht industriell vergewaltigt wurde, dann sind da meistens, meistens, die Fettsäuren darin völlig in Ordnung. Es gibt sowas wie zum Beispiel einige Öle wie das Sonnenblumenöl, was ich persönlich jetzt nicht empfehlen würde. Egal, ob das gesättigte oder ungesättigte Fettsäuren jetzt da drin sind, es ist einfach extrem entzündungsfördernd. Unter anderem liegt das an dem Omega-6 zu Omega-3 Verhältnis. Dazu könnt ihr euch auch gerne nochmal mein Video reinziehen. Das heißt Omega-3. Wo ich das erkläre, warum ich Sonnenblumenöl für mich zumindest nicht als sinnvoll erachte, sondern lieber andere Sachen benutze mit einem ausgeglicheneren Verhältnis. Das wäre zum Beispiel super, wenn das auf Sachen draufstehen würde. Nicht gesättigte und ungesättigte, sondern zum Beispiel das Omega-3 zu 6 Verhältnis. Das wäre doch mal eine feine Geschichte. Dann wüssten wir, ob wir uns damit entzünden oder ob wir unserem Kopf was Gutes tun. Das wäre doch herrlich. Nächster Punkt noch die Eiweiße. Ja, da steht immer drauf, wie viel Eiweiß ist drin. Was können wir jetzt damit anfangen? Theoretisch ja erstmal eigentlich fast gar nichts. Wir wissen, es ist Eiweiß drin, aber wir wissen überhaupt nicht, welche Bio-Verfügbarkeit. Wir wissen nicht, welche Formen. Wir wissen nicht, dass die essentiellen oder die nicht essentiellen Proteine oder Eiweiße, Aminosäuren, so heißen sie, und wie gut können die aufgenommen werden und so weiter und so weiter. Das heißt, theoretisch können wir erstmal nicht wirklich viel für unseren Nutzen daraus ablesen, was auf den Verpackungen draufsteht. Warum steht es trotzdem drauf? Weil es einfach zu berechnen ist und weil sich damit scheinbar schon einiges ablesen lässt. Und man erstmal so das Gefühl hat, okay, ich habe ja jetzt was gegessen, da ist ja viel Eiweiß drin, das muss also gesund gewesen sein, dann ist ja alles gut. Und ich habe jetzt das Fett reduziert, denken sich dann manche, das wäre auch gut. Da frage ich mich bis heute, warum? Warum haben die Menschen chronische Angst vor Fett? Also chronische Angst vor Scheißfett, vor Transfettsäuren, ja das kann ich verstehen. Aber doch nicht allgemein vor Fett, also das geht mir noch nicht so ganz in den Kopf rein, weil Fett, das hat super viele Funktionen im Körper, brauchen wir für nahezu jeden Stoffwechselvorgang und wir können es verbrennen. Das heißt, es kann Energie liefern. Großartig, oder? Im Schlaf macht das sogar jeder. Ob ihr wollt oder nicht, ihr verbrennt dann das böse Fett. Andersrum, warum haben denn so wenig Leute Angst vor Zucker? Zucker kann überhaupt gar nichts, außer uns Energie liefern. Der hat sonst quasi keine Aufgaben. Und wir können, selbst wenn wir in einem absolut krassen Kohlenhydratmangel sind, Kohlenhydrate quasi selber herstellen. Das kann unser Körper, weil das so ein Notfallmechanismus ist. Vor Zucker hat allerdings niemand Angst, obwohl Zucker ja im Endeffekt das ist, was dich immer wieder Hunger kriegen lässt, weil du hast ja so ein High und dann so ein Low. Und dann isst du wieder was und hast wieder so ein High und so ein Low und du frisst und frisst und frisst den ganzen Tag. Und Zucker ist auch im Endeffekt das, was dann ansetzt, wenn er nicht verbrannt wird. Es ist gar nicht so unbedingt das Fett. Nein, es ist vielmehr der Zucker, der dich fett macht. Ich muss mal hier so ein bisschen wirklich raushauen über Zucker und Weizen, weil das echt immer noch nicht angekommen ist bei super, super vielen Leuten. Bei euch natürlich nicht. Bei euch ist das mit Sicherheit schon angekommen. Aber man kennt ja immer einen, der einen kennt und bei dem ist das dann so. Und diese Leute dürfen das auch gerne mal mitkriegen. Okay, jetzt habe ich viel gequatscht und viel Theorie erklärt, aber ihr wisst, ich bin ein Freund von Praxiswissen. Und deshalb möchte ich jetzt nochmal so ein klein wenig ein paar Praxisbeispiele durchgehen, was ich machen würde, wenn ich Produkt XY esse. Also das Allerwichtigste erstmal ist, bewusst essen. Also wenn ich esse, dann esse ich nur und bin nicht nebenbei am Handy und mache sonst was für Sachen, weil dann weiß ich hinterher, also ich kann von mir nur sprechen. Dann habe ich hinterher manchmal gar nicht mitgekriegt, was habe ich da gegessen? Hat es mir geschmeckt? Hat es mir gut getan? Keine Ahnung mehr, was war es überhaupt? Deswegen, ich persönlich empfehle beim Essen nur zu essen und nichts anderes. Dann sind wir direkt im Hier und Jetzt, was meiner Meinung nach nebenbei noch ein superschöner Effekt ist, um allgemein die Gesundheit zu boosten im Hier und Jetzt Leben. Okay, Punkt Nummer 1, die Basis meiner Meinung nach für fast alles irgendwie Gemüse. Egal welche Ernährungsform Gemüse, ist eigentlich überall mit auf dem Plan. Und wenn ich Gemüse esse, dann würde ich mir im Schnitt, wenn ich etwas koche, hole ich mir Tiefkühlgemüse. Warum Tiefkühlgemüse? Das wurde direkt nach der Ernte eingefroren, das bedeutet, da hat sich nichts mehr verändert. Da sind keine Nährstoffe flöten gegangen, das ist nicht ausgetrocknet, das ist nicht rumgegammelt oder sonst was, sondern es ist immer noch genau wie nach der Ernte. Im besten Fall natürlich Bio-Zeug und nicht das Standard-Bio-Siegel, das kann fast gar nichts. Schaut, dass ihr Naturland, Bioland oder Demeter mitnehmt oder vielleicht sogar steht irgendwas wie Rapunzel drauf oder so. Wie gesagt, schaut da, dass ihr zu der Marke eures Vertrauens findet. Ansonsten frisches Gemüse, natürlich auch immer mit entsprechender Qualität. Eigentlich, da gibt es nach oben hin keine Grenze. Esst so viel Gemüse, wie ihr sagt, tut euch gut. Ich würde da persönlich wirklich nur eine Bauchgefühlsgrenze setzen und nicht sagen, nach drei Möhren ist vorbei und nur einen halben Brokkoli. Nein, esst so viel, wie ihr wollt, da kann man eigentlich nichts falsch machen, da ist auch nichts drin, was euch fett werden lässt, da ist nichts drin, was ansetzt, da ist nichts drin, was euch verblöden lässt, wenn die Qualität stimmt. Also Gemüse geht eigentlich immer. Hört auf euer Bauchgefühl, hört auf eure Verdauung. Analysiert euren Stuhlgang, wenn ihr Bock habt. Da kann man auch so einiges rauslesen. Und dann schaut einfach, wie gut es euch tut. Gut, das nächste Ding, Öle und Fette, vor allem die hochwertigen Öle und Fette. Meiner Meinung nach auch erstmal keine Grenze gesetzt, wenn die Qualität stimmt. Könnt ihr so viel Öl und Fett zu euch nehmen, wie ihr möchtet. Gute Qualität, sinnvolles Öl. Ich habe jetzt nicht gesagt, ihr sollt bei der Pommesbude um die Ecke das Fritteusenfett saufen. Könnt ihr auch machen, schickt mir ein Video, würde ich mich sehr darüber amüsieren. Allerdings würde ich es jetzt erstmal aus gesundheitlicher Sicht, glaube ich, eher nicht empfehlen. Wie gesagt, gutes, zum Beispiel Olivenöl, gibt es nix dran auszusetzen. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr da, guckt euch Jamie Oliver an, euer Essen drin ertränken. Ich finde, da spricht nichts dagegen. Oder auch ein gutes Kokosfett, falls ihr das nötige Kleingeld habt, könnt ihr. Da würde ich euch wärmstens Dr. Gürg empfehlen. Richtig, richtig geile Marke. Gutes Zeug. Wer Butter isst, Butter ist von Weidehaltung. Am besten vielleicht sogar noch Rohmilch, Butter, falls ihr da irgendwie rankommt. Richtig geile Sache. Auch da hört wieder einfach auf euer Bauchgefühl. Und hört dann auf, wenn ihr sagt, okay, jetzt ist es mir einfach per Bauchgefühl zu viel. Das Nächste. Achso, ganz kurz. Ich würde euch nichts empfehlen, was bei Fett richtig, richtig hoch erhitzt wurde, aber eigentlich nicht zum richtig Hoch erhitzen gedacht ist. Dann entstehen Transfettsäuren und das ist alles andere als cool. Die kennt der Körper nicht, die kann er nicht verarbeiten. Das ist quasi wie das pure Gift. Die muss man einfach nur irgendwie dann wieder loswerden. Das ist super anstrengend und raubt haufenweise Energie. Kann ich nicht wirklich empfehlen. Als nächstes haben wir die ganze Palette Tierprodukte. Fleisch, Weidehaltung, Eier, Weidehaltung, Milch, Weidehaltung, Roh. Ganz wichtig. Dann sind das super Produkte. Und wenn ihr das ethisch vertreten könnt, also wenn ihr das mit euch vereinbaren könnt, dass das in Ordnung ist, dann könnt ihr diese gerne in euch reinhauen. So viel ihr Bock habt und so viel, was euer Bauch sagt, gut ist. Wenn ihr richtig krass unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch noch fermentieren an dieser Stelle. Also zum Beispiel Joghurt oder Kefir machen, wenn ihr Bock habt. Oder vielleicht sogar selber einen Käse zaubern. Je nach Gefühl und wie ihr Lust habt, da noch mehr Aufwand reinzupacken. Das ist dann natürlich nochmal ein extra krasser Gesundheitsboost. Das letzte an dieser Stelle. Organe und Knochen von Tieren. Haben auch alle ihre Vor- und Nachteile. Nachteil wird wahrscheinlich für die meisten sein. Der Geschmack und dass man es irgendwie reinkriegen muss. Aber die Mineralien, die Nährstoffdichte ist natürlich enorm. Und was könnte besser helfen für zum Beispiel gesunde Knochen als eine Knochenbrühe von gesunden Knochen? Und da sind ja genau die Sachen drin, die wir brauchen. Mit einem vernünftigen Filter Wasser rausgelöst. Einfach ein paar Stunden gekocht. Also so 24, 30, 40 Stunden. Je nachdem, wie ihr Bock habt und was es für Knochen sind. Und das ist eine richtig feine Sache. Bisschen Gewürze, bisschen am Ende noch Gemüse rein. Habe ich für mich festgestellt, das riecht zwar manchmal nicht allzu lecker, aber das tut verdammt gut. Das nächste ist Thema Obst. Obst ist leider, leider, leider extrem überzüchtet. Und besteht deshalb zu viel mehr Zucker, als es früher der Fall war. Das bedeutet, wir belasten unsere Bauchspeicheltrüse damit enorm. Nichtsdestotrotz ist Obst eine richtig coole Sache bei entsprechender Qualität und wenn man es in der Menge nicht übertreibt. Auch da ein kleiner Tipp. Wer viel Obst isst und davon ordentlich rumfurzen muss, hat wahrscheinlich zu viel hochgezüchteten Fruchtzucker zu sich genommen. Und das beansprucht den Darm leider enorm. Und das merkt ihr dann an eurer Verdauung. Auch hier wieder Bauchgefühl. Ich persönlich komme sehr gut damit zurecht, dass ich Obst sehr doll runtergeschraubt habe. Das einzige, was ich noch recht viel esse, sind Beeren. Vor allem dunkle Beeren, wenn es geht aus Wildsammlungen. Ansonsten aus biologischer Landwirtschaft. Bananen ab und zu. Und Äpfel, vor allem lokal, renne ich hier rum und klaue die mir von den Bäumen. Birnen und solche Sachen. Super cool. Ist ja quasi dann Wildwuchs. Alles, was Wildwuchs ist, ist ja noch aus ursprünglicher Qualität. Und von daher immer noch mal besser als das, was es im Laden gibt. Jo, dann Getreide hat vorhin schon von mir alle möglichen Backpfeifen bekommen. Das ist auch in Ordnung so. Getreide könnt ihr essen, so viel ihr wollt, wenn ihr es vorher keimt. Es ist natürlich aus einer sinnvollen Landwirtschaftsstand, also aus einer biologischen, vielleicht sogar aus einer dynamisch-biologischen Erzeugung. Wenn es also nicht gespritzt ist und wenn ihr es keimt oder einen Sauerteig draus macht. Das sind für mich die Sachen, wo ich sage, da ist Getreide super gut. Warum? Da werden die Antinährstoffe abgebaut und die Nährstoffe werden aufgebaut. Weil die Pflanze die Nährstoffe benötigt in einer bio-verfügbaren Form, um wachsen zu können und die Antinährstoffe werden nicht mehr gebraucht. Das passiert sowohl bei der Fermentation, also beim Sauerteig, als auch beim Keimen. Das sind natürlich beides Sachen, da muss man noch mal ein bisschen Zeit investieren extra, aber es lohnt sich ohne Ende. Ansonsten, wenn ihr unbedingt Getreide essen wollt, aber ihr habt keinen Bock, das keimen zu lassen oder einen Sauerteig zu machen, dann probiert es mal mit Urgetreide. Nicht jeder reagiert darauf so super, aber die meisten schon. Versucht es mit Kamut oder Rotkorn, Grünkorn, Einkorn, Ämmer, ach wie sie alle heißen. Rennt da einfach mal los und checkt die alle aus. Oder mit Pseudogetreide, Hirse, Hafer, Quinoa. Wobei bei Hafer kann man sich auch widerstreiten, da ist manchmal auch schon Gluten mit drin gelandet, aufgrund der Manufaktur oder aufgrund der Fabriken, die hergestellt wird, verpackt wird. Ja, solche Sachen. Checkt das Pseudogetreide aus, Buchweizen wäre da auch noch zu nennen. Kann man auch noch extra keimen oder fermentieren, ist natürlich dann noch heftiger. Muss aber nicht unbedingt sein. Probiert das einfach aus und fühlt wie immer rein in euren Bauch. Ja, das letzte große Thema, was ich jetzt hier noch kurz anschneiden will, Thema Salz. Bei Salz ist es auch so ein Ding, wieder ganz einfacher Leitsatz. Ich möchte viele Nährstoffe, aber kein oder so wenig wie möglich Gift. Was muss ich da für ein Salz nehmen? Ein Steinsalz. Welches Steinsalz? Das ist euch überlassen. Warum Steinsalz? Da ist noch alles drin, die komplette Mineralienpalette. Alle Mineralien sind da drin. Halt in unterschiedlichen Dosierungen, je nachdem, wo das Steinsalz herkommt. Und es hat keine Verunreinigung drin, keine Chemie oder sonst was, sondern einfach nur ein pures Steinsalz ohne Rieselhilfen, ohne was weiß ich, was da noch so drin ist. Ich habe lange nicht mehr auf diese Verpackungen geguckt. Von dem konventionellen Salz, vom Tafelsalz, vom Kochsalz. Warum empfehle ich das nicht? Ganz einfach, da ist nur noch Natrium und Chlorid drin, sonst kein Mineral. Also nur noch Natrium und Chlorid, zwei von 70 bis 80. Was allerdings dafür stattdessen noch mit drin ist. Die haben halt ganz viele wichtige Mineralien rausgenommen und dann haben sie Rieselhilfen drin oder was weiß ich, irgendwelche Sachen noch extra. Natrium, Fluorid, was auch eine hochaggressive Chemie ist, haben sie mit reingepackt. Oder irgendwelche anderen Zusatzstoffe, die meiner Meinung nach nichts in unserem Körper zu suchen haben. Und deshalb würde ich das nicht empfehlen. Einfach ein unbehandeltes Steinsalz. Fertig. Ganz easy. Kostet auch immer noch nichts. Klar, im Vergleich zu dem Industrieabfall, der sich Natrium, Chlorid oder Kochsalz nennt, ist es arschteuer. Aber es ist trotzdem insgesamt für das, was man daraus als Nutzen zieht, super, super günstig. Also greift tief in die Tasche und kauft euch ein vernünftiges Steinsalz. Sieht auch viel geiler aus als das raffinierte Tafelsalz, was es dann irgendwie für 19 Cent das Kilo gibt oder was weiß ich. Und schmeckt besser. Ist einfach rundum cooler. Jo, ich denke mal, das sind erstmal so die allerwichtigsten Sachen. Achtet auf euer Bauchgefühl. Viele Nährstoffe, wenig Gift. Und Bausteine, aus denen euer Körper aufgebaut ist, die wollen wir haben und nicht irgendwas anderes. Das ist Schnullibubs. Falls da jetzt noch irgendwelche Fragen sind, haut das gerne raus. Kann ich gerne nochmal drauf eingehen in einer weiteren Folge. Bis dann. Hau da rein. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen Denkanstoß mit auf den Weg geben. Tschaußen.